Jetzt bin ich dran. Damit ich auch bestimmt wieder auftauche, bekomme ich Verstärkung. Den Jan. Mann, geht das schwer. Das schaff ich nie. Beim Christian sah das so leicht aus. Also, Angst vor Wasser in der Nase darf man hier nicht haben. Ist man die Eskimo-Rolle beherrscht, muss man üben, üben, üben. Manche schaffen sie sogar erst nach zwei Jahren Training. Es ist ja morgens. Untertitelung des ZDF, 2020